Ne, Natururin schon wieder dran. Ich habe eine Wanderung gemacht. Und zwar keine gewöhnliche Wanderung, sondern eine Herausforderung. Äh, hier. Und zwar hat mich ja vor kurzem Outdoor mit Sebastian herausgefordert, gegen ihn eine Chalet-Hin-Gee zu machen. Und zwar, wer schafft mehr Kilometer in 24 Stunden zu schaffen. Aber bevor das eigentliche Video beginnt, wollte ich für euch noch ein paar Details zur Wanderung zeigen. Und zwar habe ich meinen Versuch am Freitag, den 31. Juli, auf den Samstag, den 1. August 2020 gestartet. Und ich bin über folgende Ortschaften durchgelaufen. Von Bremen über Lidienthal, Fischerhude, Sottrum, Hellwege, Achim bis wieder zurück nach Bremen. Alle anderen Zwischenortschaften, die ich auch noch durchgelaufen bin, habe ich euch unten in der Beschreibung aufgelistet. Um das Video hier spannender zu gestalten, werde ich euch die Kilometer anzahlen, die ich sowohl über Komoot als auch über Relife gemessen hatte, erst relativ am Ende des Videos zeigen. Und hier, es kam auch ein bisschen Unterstützung. Vielen Dank an Sebastian S., Michael W. und Jan E. für die Unterstützung. Und ich grüße noch Miss Desi D. So, das wollte ich euch einmal gesagt haben. Und jetzt das eigentliche Video Start kommt. Ne, Natururin schon wieder dran. Es ist soweit. Heute eine neue Schallienge. Hier, Outdoor mit Sebastian hat mich herausgefordert gegen ihn. Hier, wer läuft von uns beiden in 24 Stunden? Die meisten Kilometer. Diese Herausforderung ist das jetzt. Und hier, ich laufe jetzt mit diesem hier. Ich habe mich für den hier entschieden, weil der weniger, der ist zwar unhandlicher, besonders bei Treppenstufen oder Cannstall, Bordstall und so weiter. Aber ich finde, dass der weniger Kraftraum ist, wenn man jetzt die ganzen 24 Stunden durchläuft. Und guck mal, es ist 10 Uhr. Und damit ihr sehen könnt, das ist auch Freitag, der 31. Juli, heute, 10 Uhr. Und damit ich mir merken kann, wann die 24 Stunden um sind. Und hier, ich habe mein Komoot offen. Und diesen starte ich jetzt. So, jetzt ist er gestartet. Und hier, ReLive. Die ReLive App starte ich jetzt auch. So, jetzt sind beide Apps gestartet. Und jetzt der Outdoor mit Sebastian Herausforderungsstart kommt. Oh, scheiße, dieser scheiß Ampel, der kotzt mich voll an, weil er rot ist. Ähm, das ist hier. Das ist Zeitverschwendung. Das nervt mich. Ich habe zwei Kilometer gemacht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie viele Kilometer ich am Ende mache. Ich weiß auch nicht, wohin mit mir, welche Richtung ich hinlaufe, aber hier, ich denke Richtung Oberneuland erst mal, weil ich das da ganz entspannt finde. Oh, scheiße, schon wieder so eine scheiß Ampel. die hier Zeit kostet und so. So, jetzt hier diesen Berg hoch, um hier über diese scheiß Brücke rüber zu gehen. Da laufe ich jetzt rüber. Hier wegen voll cool Wetter habe ich hier mein Urin-Fahrer wegen Fummel ausgezogen. Äh, extra damit mehr D3-Schäpperung kommt. Nach meinem ganz großen Schluck hier trinken, da ist irgendwie so ein ISO-Dings drin, weiß ich auch nicht. Äh, schmeckt. Und, ähm, hier, weil da Kohlenhydrate drin sind, äh, gibt das, äh, hier mehr, mehr Leistung, Energie. Ist auch schön kühl, vom, weil ich das im Kühlschrank gelagert hatte. Meine Kühltasche habe ich aus Gewichtsgründen nicht dabei. Naja, da drüben, äh, voll cool See. Äh, und, äh, hier ist so ein kleiner Schotterweg, aber diese, äh, diese paar Schottersteine, die, die sind voll angenehm. Äh, mal gucken, wann wieder Asphalt kommt. Äh, ja, ich habe mir insgesamt zwei, ähm, 1,5 Liter Flaschen von diesen ISO, also Wasser mit ISO-Dringpulver oder was das ist, ähm, reingemacht, äh, mitgenommen und zwei Flaschen, also einmal 1 Liter und einmal 1,5 Liter mit, äh, Wasser. Dann habe ich hier für nachts, ähm, mein Pullover mitgenommen und, äh, eine Kurpflampe. Und, ähm, für den Fall, falls meine Kurpflampe irgendwann alle sein sollte, habe ich aus Sicherheitsgründen noch eine Ersatztaschenlampe dabei. Äh, dann habe ich mir noch, äh, sechs Bröte geschmiert. Äh, und hier, äh, ich habe noch ein paar, ich glaube vier, vier so eine, so eine, ähm, Müsli-Riegel mit ganz vielen Nüssen drin, habe ich da noch mitgenommen. Äh, ein paar Schmerztabletten und Vitamin D3 und ein paar Magnesiumbeutel, Fischölkapseln und ein so ein Bifi-Roll, was mir irgendwie beim letzten Mal übergeblieben ist. Habe ich auch dabei. Besatzen mein, äh, mein dreckiger Portemonnaie auch noch. Äh, hier mein Rohr für mein Selfie-Stick habe ich auch noch dabei. Mit reingesteckt, damit er sich so anstrengend ist, meine Kamera, ähm, in meine Wagen reinzupacken. Und, äh, ach ja, ähm, hier meine, meine Mini-Box, dementsprechende Aufladekabel, mein MP3-Player und meine Powerbank habe ich auch dabei. Und natürlich mein Handy und meine Kamera. Ich glaube, das dürfte reichen. Ich bin sehr gespannt, äh, ich bin sehr gespannt drauf, wie viel KM es am Ende werden. Also ich bin, äh, hier in einer nervigen Sackgasse reingelaufen. Äh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Äh, also von dieser Straße aus. Und irgendwo anders einwiegen. Die Sackgasse sind immer voll nervig und so. Oh, scheiße, schon wieder eine Sackgasse. Äh, muss ich schon wieder zurücklaufen und eine andere Straße suchen. Ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, diese zwei Sackgassen, wo ich vorhin gerade war, da bin ich schon mal, äh, lang gelaufen. Und hab mich ebenso beschwert. Ähm, wegen den Sackgassen. Äh, das war diese Tour, äh, das war diese Tour gewesen, wo ich, äh, hier, äh, über Achim wieder rüber gelaufen bin. Da hab ich genau dieselben, ähm, hier, wie heißt das nochmal? Äh, genau dieselben Sackgassen, äh, Bier trinken gewischt. Keine Ahnung, wohin, wohin ich jetzt hinlaufe, mal sehen. Aber heute wahrscheinlich ohne Bier trinken. Und jetzt, äh, hier, äh, körperliche Leistungen zu machen. 11 Uhr 10, äh, Kilometer 7,2. Äh, immer mal weiter zu gelaufen. Ah ja, hier, äh, ich hab ganz vergessen zu erzählen, äh, dass ich zwei Dosen Red Bull dabei hab. Ich bin zwar überhaupt gar kein Freund von Energy Drinks, ähm, aber ich hab vor ein paar Wochen da so eine neue Sorte kennengelernt. Äh, hab euch vergessen, wie die heißt. Aber auf jeden Fall hat das auch schön wach gemacht, spürbar. Und deswegen dachte ich für nachts über, dass ich mir dafür zwei Stück holen tue. Jetzt bin ich aus Versehen in so eine Hufeinfahrt reingelaufen. Jetzt muss ich den Weg wieder zurücklaufen. Schon wieder eine Sackgasse. Sackgassenerven. Äh, hier, ganz viel Schotterweg. Ähm, ganz viel Kieselstein und sowas. Wenn ich meine alten, äh, Laufschuhe, äh, die ich so richtig, äh, missbraucht hatte, äh, die ich jetzt anhätte und hier durch diesen, diesen ganzen Schotter, wo Kieselsteine drin sind, äh, gelaufen wäre, ähm, das wäre voll anstrengend und voll unangenehm. Aber weil ich jetzt diese neuen Laufschuhe habe, stören mich diese ganzen Kieselsteine gar nicht. Dieser geschotterter Weg hier. Zwei Minuten vor zwölf. Äh, Kilometer 12,3. Ja, ich denke mal über zwölf Kilometer in, äh, hier zwei Stunden Gesamtzeit. Mit kurz stehen bleiben, mit, äh, pinkeln gehen, mit, äh, an der Ampel warten. Und ich denke, ich dürfte klar gehen. Haha, für die ersten zwei Stunden. Mal gucken, wie viel Kalm ich dann bei drei Stunden bin. Aber voll cool Wetter, weil hier, äh, wegen diesen, diesen hier, wie heißt denn das nochmal? Äh, äh, Sonne. Ich spüre voll cool, dass der D3 auf den Rücken scheppert. Hahaha. Deswegen finde ich das voll cool, dass jetzt gerade so ein, so ein Wetter, äh, am Start ist. Heute. Und, äh, ich glaube laut Wettervorhersage sollte es heute bis zu 28 Grad werden. Also, habe ich zumindest gestern geschaut. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo ich bin. Äh, hier bei diesen, äh, äh, Turm, den ich hier total, äh, wie heißt denn das nochmal? Total, äh, sinnfrei für, äh, für, äh, diesen Ausblick finde. Boah, ich bin, äh, hier, ganz leicht abgewichen. Äh, ähm, ich bin irgendwie, keine Ahnung, drei Kilometer von Lilienthal entfernt. Äh, ich wollte eigentlich nach Richtung Fischerhude, aber ich, äh, hier, äh, einfach drauf loslaufe. Und, äh, mal gucken, welche Richtung ich hingehe. Äh, bin ich etwas abgewichen. Und, äh, deswegen glaube ich, laufe ich nach, äh, hier, erst mal nach Lilienthal. Und dann nach, irgendwann nach Richtung Osten. Und da, mal gucken, welche Ortschaften ich durchqueren tue. Oh, scheiße. Äh, ich hab hier irgendwie Kieselsteine im, äh, Schuh drin. Das ist Zeitverschwendung. Das nervt. So, Kieselstein ist jetzt draußen. Ähm, und jetzt weiter zu gelaufen. Ne, äh, guck mal da. Äh, ich bin hier bei diesem voll verschmierten Lilienthal angekommen. Ähm, jetzt werde ich irgendwann nach Richtung Osten hinlaufen. So, äh, hier, zwei Minuten vor, äh, eins. Und, äh, hier, ich bin bei, äh, 18,2 Kilometer. Also gleich 20 Kilometer. Also hier in, äh, drei Stunden Gesamtzeit, äh, äh, hier über 18 Kilometer gemacht. Und, äh, hier, 21 Stunden habe ich noch Zeit, äh, zum, äh, hier zum Rumlaufen. Äh, hier, äh, auf geht's nach, äh, hier, äh, Fischerhude oder wie das heißt. Ich glaub, da lauf ich hin. Haha. Ne, ich hab jetzt gerade mal eine verschimmelte, verdreckte, verschmierte Scheißmusik, die ich sehr gerne höre, äh, angemacht. Haha. Voll, äh, voll cool Musik. Äh, bringt Power. Haha. Äh, damit ihr mich besser hört, ha, 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 mach ich mal kurz Musik aus. Hahaha. Ähm, hier vorne war so eine Scheißstraße. Und, äh, da vorne war diese ganzen Autos lang. Deswegen bin ich jetzt nach rechts abgebogen, um jetzt durch diesen, hier, durch so einen, äh, Feldweg, äh, zu laufen. Mal gucken, wo mich das hinführt. Ey, weil ich glaube, dass dieser Weg nach diese Richtung hinführt, also wieder zurück nach Bremen. Denk ich mal, dass ich hier wieder zurücklaufe und der da drüben geht so ein Weg, äh, hier nach rechts rein. Nach Richtung, da ganz hinten hin. Deswegen glaub ich, nehm ich den mal. Seht ihr diesen Punkt, äh, auf meiner Handfläche? Äh, äh, dieser? Ähm, da hat mich gerade eine Bremse gestochen. Cool. Boah, hab ich mich gerade verjagt gehabt. Haha. Ähm, äh, hier, an dieser Stelle, da hat er irgendwas, äh, gezwickt, als wenn er irgendwas gebissen hätte. Weil ich guck da so runter und auf einmal saß genau hier, so ein ries, so ein riesiger Heu-Pferd. Hahaha. Alter, ich hab mich gerade voll verjagt. Hahaha. Weil er so fett war. Äh, ich merke jetzt zwar noch kein, äh, Stechen und so weiter, äh, auf meiner, äh, Dreckshaut. Aber weil ich merke, dass das hier immer roter und roter wird. Hahaha. Äh, dachte ich, dass ich erst mal hier, hier so ein Sonnencreme drauf mache. Hier, damit, ähm, hier meine Haut, äh, verschmiere. Hier sind überall diese scheiß Bremsen. Scheiße, das ist schon wieder Zeitverschwendung. Hahaha. Aber, muss sein. Bevor schon wieder die ganze Haut, äh, wegpellt. Jetzt weiter zugelaufen. Oi. Hahaha. Äh, hier, ich glaub, ich hab ne voll coole Idee. Äh, weil ich bin hier in Fischerhude. Ähm, ich glaube, ich, ähm, ich glaube, ich laufe nach, äh, hier nach Sottrum, um, äh, hier wieder diesen, ähm, Gurkensohns empfohlenen Döner, diesen Berlin-Döner, äh, zu fräsen. Äh, weil hier, ähm, wie einige von euch wissen, bin ich ja, was weiß ich, ich glaube, gegen Mai oder so, äh, hier nach Sottrum gelaufen. Äh, hier so eine 80 Kilometer Wanderung, äh, in zwei Tagen mit Zelt und ganz viel Bier trinken. Da bin ich auch hier diese, dieser Weg hier, äh, voll angesoffen, äh, nach Sottrum gelaufen. Und, äh, ja, der Döner, der hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, deswegen denke ich, wird das ein Highlight des Tages, wenn ich dann später dort Döner fräsen tue. Aber ich bin gleich, weiß ich nicht, ähm, ich glaube, bei 26 Kilometer bin ich jetzt gerade. Ähm, wenn ich dann gleich hier 30 Kilometer erreicht habe, dann werde ich erst mal, äh, meine erste Brotpause machen. So eine ganz kleine. Na, weil dieser Platz hier voll cool aussieht, ähm, habe ich mich doch entschieden, äh, jetzt schon meine erste Pause zu machen. Ähm, hier, währenddessen ich hier, äh, Salami Brot fräse. Und, ähm, hier, ich bin bei 28, Komma, Komma, zwei, äh, Kilometer. Und es ist jetzt, äh, fünf vor drei. Und ich habe hier meinen Durchschnitt von 6,7 Kilometer pro Stunde. Also reiner Laufzeit. Äh, ich dachte mir jetzt, ähm, noch ein zweites Brot fräsen. Aber dieses Mal mit Körniger Frischkäse und Petersilie drauf und Margarine und sowas und Brot. So, äh, hier, ich habe gerade hier, äh, ein bisschen Pause gemacht. Äh, keine Ahnung, ich glaube, 15 Minuten ungefähr. Aber jetzt, äh, hier, ganz in Ruhe, aber jetzt, äh, weiter zu gelaufen. Oh, Scheiße, hier, ich bin jetzt auf so einen Schotterweg. Und so eine Schotterwege, die kosten ein bisschen Zeit und Kraft. Aber ich befinde mich irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg nach, äh, Ottersberg oder wie sich das nennt. Äh, hier vorne ist, äh, kommt eine Asphaltstraße. Und ich weiß nicht, wohin die mich hinführt. Aber ich wollte sowieso nur einen groben Weg nach, äh, hier, nach Ottersberg laufen. Weil nach Ottersberg kommt dann noch eine Ortschaft und dann nach Sortrum. Ne, weil, äh, weil dieser Wolf, äh, so langsam diese Innenseiten von meinen Beinen, äh, frisst, habe ich mir jetzt gerade ein bisschen Gesichtscreme drauf geklatscht. Puh, äh, hier, ich habe Ottersberg gefunden. Äh, hier, ich habe eine verschmierte Tankstelle gefunden. Ähm, ich werde da jetzt einmal fragen, äh, ob ich diese Toilette benutzen kann. Und zwar nicht deswegen, weil ich muss, sondern weil ich nur noch, ähm, weil ich schon drei Flaschen Wasser ausgetrunken habe, um diese wieder, äh, aufzufüllen. So, meine, äh, Wasserflaschen sind aufgefüllt. Und, äh, ich habe mir auch so eine ganz kleine, äh, Tüte mit ein paar Süßigkeiten geh, äh, geholt. Ja, nicht so viel Süßigkeiten drin, aber, aber so ein paar. habe ich irgendwie ein bisschen, äh, heiß Hunger drauf gehabt. Ne, äh, guck mal da, äh, hier, äh, 5 km bist da drum. Äh, diese, äh, wie heißt denn das denn nochmal? Diese Scheiß-Verkehr, der nervt mich voll. Äh, weil hier fahren manchmal, hier, Autos und LKWs und so eine, und so eine Fahrzeuge. Das nervt voll. Das regt mich voll auf, und so. Ich will viel lieber, viel lieber durch so einen asphaltierten Feldweg laufen, oder so. Ne, guck mal, ich bin bei, äh, 40 km angelangt, ähm, und es ist 17.38. Also, sprich, ich bin, äh, in 7 Stunden und 38 Minuten Gesamtzeit, und, also keine reine Laufzeit, sondern Gesamtzeit, weil ich ja um 10 Uhr losgelaufen bin, äh, habe ich 40 km geschafft, und, ähm, weil das bis, bis, äh, bis 10 Uhr noch lange dauert, ähm, bin ich, weiß ich, weiß ich auch nicht, wie viel ich heute hinbekomme, äh, wenn ich jetzt bei, bei 40 km angelangt bin. Und, äh, ich, ich hab noch Kraft und sowas. Äh, 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 40 km. Und meine Füße gehen auch noch, ähm, die können auch noch von lange laufen und so. Und, äh, ich bin, ich bin gleich in Stukenburst, oder wie sich das nennt. Also, vielleicht, keine Ahnung, drei Kilometer von Sottrum entfernt, oder so, so ungefähr. Ich glaube, ich hab noch nie nach, ähm, siebeneinhalb Stunden, ähm, 40 km zurückgelegt. Und guck mal, ich finde diese, diese, äh, Rolltasche, finde ich, ähm, finde ich, also ich weiß nicht, wie das bei, bei euch ist, aber ich persönlich finde, dass das hier einfacher ist, dass das, hier kraftsparender ist, als das Ganze hier auf den Rücken zu tragen. Deswegen laufe ich mit diesen Wagen rum. Ähm, und dieser Wagen hier, das, das ist die, die habe ich damals bei Kaufland gekauft. Ähm, die gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr, zumindest, habe ich den nicht mehr im Sortiment gesehen. Aber der hier, der hatte mir damals 15 Euro gekostet. und der hält immer noch. Äh, guck mal, hier ist eine Autobahn. Und, äh, ich könnte, ich könnte dazu wetten, dass hier Gurken zu uns stand. Äh, und so gemacht hat's. Läuft. Ne, äh, hier, da hinten ist, äh, Ortsschild Sottrum. Und, äh, beim letzten Mal, äh, wo ich, ähm, mit ganz viel Bier trinken, äh, hergelaufen bin, um, äh, hier diesen Berlin-Döner zu probieren, zwei Tage lang gelaufen, äh, da weiß ich noch ganz genau, wo ich dann, äh, mit ganz viel Bier trinken, ähm, äh, hier im Dunklen nach Darlack gelaufen bin. Und, äh, irgendwo hinter diesen ganzen, äh, Waldbäumen, da bin ich doch weiter da hinten gelaufen. Und irgendwann hinter diesen ganzen, ganzen Bäumen bin ich nach, ähm, hier nach, nach rechts gelaufen. Ähm, und dann bin ich, habe ich dann da hinter diesen ganzen Bäumen, ähm, mein Zelt aufgeschlagen und gepennt. Aber jetzt laufe ich erst mal zu, äh, direkt nach Sottrum, um da diesen Döner zu holen. Ne, hier, ich bin in, äh, Sottrum angekommen. Ne, ich hab hier diese Aral-Tankstelle gefunden, äh, wo ich beim letzten Mal mit ganz viel Bier-Schisten-Geruch, äh, so richtig fett in diese Toilette reingekackt hab. Äh, das ist diese Aral-Tankstelle. Ne, ich hab diesen, äh, Berlin-Döner, äh, gefunden. Äh, jetzt kann ich endlich wieder Döner fräsen. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ne, ich hab diesen Döner, äh, geholt. Das ist, äh, dieser Berlin-Döner, den ich gerade gekauft habe. Das ist dieser Berlin-Döner, wo, äh, Gurkensohn, äh, oft, äh, seinen Döner fräst, beziehungsweise diesen, ähm, auf diesen einen Video bevorzugt. Schmeckt voll cool. Ich mag das. Stärkung für die, ähm, für die, äh, bevorstehende Nacht. Und, äh, ach ja, solange ich Döner fräse, ähm, hab ich meine, meine, äh, hier meine versüpten Schuhe ausgezogen. Äh, und meine Socken, die liegen auch da auf der Erde. Äh, extra damit, ähm, ähm, naja, meine Füße fühlen sich zwar jetzt noch nicht so beschädigt an, dass, dass, dass unbedingt sein muss. Aber, aber ich denke, wenn da ein bisschen mehr Luft reinkommt, dann erholen sie sich viel, äh, hier viel besser und so weiter. Damit ich dann, äh, nachdem ich diesen Döner gefressen habe, äh, damit, äh, mit mehr Energie, äh, weiterlaufen kann. Naja, ich hab grad diesen Döner aufgefressen. Das war voll cool. Und, ähm, solange ich hier, äh, noch hier bin, ähm, werde ich noch einmal hier meine Beine hochlegen, äh, damit hier Blut von den Füßen runterkommt. Damit sich das dann, äh, danach angenehmer fühlt. Äh, sich angenehmer anfühlt. Und leichter und so weiter. Wenn ich danach noch weiterlaufe, also irgendwie waren da gerade Pflanzen, die haben voll meinen Rücken, äh, zerkratzt. Das, das sticht voll. Wie brennest du irgendwie? Ja, und deswegen mach ich das hier, hier dieser Watz lieber. Also ich bin fast fertig. Ich hab mir, äh, zum Glück so eine, äh, Ersatzsocken mitgebracht. Die werde ich jetzt anziehen. Äh, aber nicht, äh, aber nicht, äh, aus diesem Grunde, weil meine anderen Socken viel zu schmalzig sind und zu verbraucht und so weiter. Sondern aus diesem Grund, weil hier, bei dieser Socke im Hacken, hier so ein kleiner Loch drin ist. Und, ähm, hier, mein, mein, ähm, mein Hacken, der, der reibt die ganze Zeit, äh, über diesen Loch, äh, in den Schuh rein. Und nicht, dass dann irgendwann hier Blasen gekommen ist. Und deswegen, zieh, zieh, werde ich jetzt die hier anziehen. So, jetzt weiter zu gelaufen. Ich hab meinen Urinfarbigen, äh, Fummel angezogen. Und, äh, weil mein Gesichtscreme, äh, alle gel- äh, gekommen ist, äh, werde ich, glaube ich, hier bei diesen Horstmann reingehen, um mir schon wieder neue Creme zu besorgen. Weil langsam, äh, Wolf kommt und frierst du mich schon wieder. Naja, weil ich auf die Schnelle kein, kein Gesichtscreme gefunden habe, hab ich hier so ein Nivea-Creme geholt. Ähm, und, äh, hier so ne, so ne Kamillen-Hans-Creme, oder was das ist. Haha, weil der Kamille drauf steht. Äh, äh, für trockene Haut. Äh, kann ich mal probieren. Dann werde ich mir gleich irgendwo eine Stelle suchen und da werde ich mich eingräben. Bevor, äh, Wolf noch mehr, äh, hier, meine Bein-Innen-Seiten wegfräßen. Naja, weil hier, äh, guck mal, diese Sonne geht immer wieder runter und so. Äh, weil langsam Dämmerung kommt und später dann auch noch dunkle kommt. Äh, 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 fallen eigentlich die Temperaturen, aber ich, aber mir ist irgendwie schon wieder so warm, dass ich, glaube ich, mal, Urinfahrer wegen, äh, urinfahrerwiegen Fummel schon wieder ausziehen werde. Äh, bevor ich, ähm, hier Wolfskiller, äh, Verschmierungen, ähm, an den Oberschenkel-Innen-Seiten, äh, drauf klatschen werde. Ich habe mir, ich habe gerade eine Stelle gefunden, wo ich hier Wolfseingriffs, äh, Verteidigung, äh, verschmiert, äh, drauf getan habe. Äh, nur weil ich durch Kraftspurt meine Beine fett bekommen habe und dadurch, ähm, der Zwischenraum dazwischen, äh, viel, viel Kleider ist dadurch, hihihi, und ich deswegen immer diese, diese, äh, Wolfsattacken habe. Ich weiß nicht, äh, bevor ich meine Beine fett bekommen hatte, äh, hatte ich das nämlich nie gehabt. Aber seitdem meine Beine langsam fett geworden sind, hihihi, habe ich dieses Problem immer wieder. Wir haben jetzt, äh, 20 Uhr, weil ich bin jetzt, keine Ahnung, ich glaube, 47 Kilometer oder so. Sonne kommt bald runter. Ich laufe noch immer nach Richtung Süden oder so. Und irgendwann, wenn ich denke, wenn es reicht, dann werde ich mich langsam wieder in den Westen begeben. Aber ich denke, weil hier, ähm, mein, mein Akku von der Kamera ist nur noch, glaube ich, bei 25 Prozent. Ich glaube, ich werde jetzt die nächste, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde oder Stunde, äh, meine verschmierte Dreckskamera, äh, aufladen gehen. Äh, bis gleich. Ne, ich bin mit diesem vollen Akku wieder da. Und, äh, guck mal, immer mehr Dunkle kommt. Und, äh, weil wegen Dämmerung. Und, äh, hier, weil diese Straße hier voll, äh, gechillt und ruhig ist, ähm, bin ich gerade dabei, hier MP3-Player zu hören, damit ich mehr Musik im Ohr habe. und, ähm, äh, äh, mein Handy ist gerade am Laden, deswegen würde ich gerade nicht gucken. Aber ich habe 50 Kilometer gemacht. Und ich gehe davon aus, äh, dass ich, äh, die 60 Kilometer, ähm, ähm, um 10 Uhr, also, äh, quasi, wenn Halbzeit ist, dass ich, äh, die 60 Kilometer wahrscheinlich nicht schaffe, aber kurz davor bin. Also, äh, vermute ich mal, äh, gehe ich, gehe ich stark davon aus. Wenn ich genauso weiterlaufen würde, wie bisher, dann würde ich bestimmt bei über 110, 115 kommen. Aber da ich denke, da ich denke, dass ich dann irgendwann immer schwächer und langsamer werde, ähm, will ich zumindest die 100 erreicht haben. Und wenn da irgendwie, und wenn da irgendwie noch Zeit überbleibt, oder so, dann versuche ich die, über die 100 irgendwie hinauszukommen. Damit ich eine größere Chance habe, diese, äh, Schallienge zu siegen. Äh, ich glaube, jetzt langsam weiter zu gelaufen. Äh, hier, komm mal, ich hab meine Käppi rund, äh, abgesetzt, weil keine Sonne mehr da ist. Deswegen sieht man meine Glärze. Ach ja, meine Glärze habe ich, äh, hier gestern gemacht. Hahaha. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich eine Glärze habe. Wegen diesen ganzen Verbsangriffe, äh, bin ich die ganze Zeit, ähm, laufe ich irgendwie die ganze Zeit, äh, langsamer. Und, ähm, hier, ich will noch mehr Kilometer schaffen. Und, ähm, keine Ahnung, also meine Füße, meine, mein Körper und so weiter, denen geht es total gut. Äh, da geht noch was. Aber, aber hier, wegen diesen, diesen ganzen Wolfsangriffe, da bin ich total beschädigt und so. Und, äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, äh, hier eine Voltaren-Schmerztablette zu fräsen. Ich hoffe, das hilft, äh, gegen, damit, äh, hier dieses, 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 dieses Scheuern weggeht. Weil, wenn dieses Scheuern weggeht, dann, äh, habe ich auf jeden Fall viel, dann kann ich auf jeden Fall viel mehr Leistung, äh, hier innerhalb der Nacht verbringen. Und, äh, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte es schon mal gehabt, letztes Jahr, äh, wo ich von Burhave, Putjadingen, äh, nach Bremen gelaufen bin. Äh, da ging das mit dieser Schmerztablette auch besser. Und, äh, deswegen probiere ich das mal jetzt, ob das jetzt dieses Mal auch genauso klappt. Ich hoffe es. Da steht Bursthausen drauf. Ne, guck mal hier, äh, 10 Uhr, also, äh, sprich, äh, Halbzeit. Weil ich bin hier um 10 Uhr morgens losgelaufen. Und, äh, guck mal, guck mal, wie viele Kilometer ich gemacht habe. Ich bin jetzt gerade bei 57,4 Kilometer. Also habe ich doch richtig getippt, dass ich, äh, hier bei, wie heißen das nochmal, kurz vor 60 Kilometer ankomme um 10 Uhr. Und jetzt will ich das versuchen nochmal so zu machen. Aber mal gucken, ob das klappt, aber, ich glaube, ich werde ein bisschen schwächer ab schon. Nein, aber weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Und, äh, guck mal hier, ähm, dieser, dieser, äh, Schmerztablette hat ein bisschen gewirkt. Und zwar dieser Wolfsangriffsbeschädigungs- Scheuerschmerz. Ähm, der ist, der hat sich so weit runter reduziert, dass ich den kaum noch merke. Äh, voll gut. Das heißt, ich kann jetzt so richtig Action geben. Und, äh, hier, äh, guck mal da hinten, da ist, ähm, da ist, ähm, immer mehr Dunkle kommt. Und, äh, weil wegen Dunkle kommt, das ist einerseits gut, aber andererseits scheiße, weil ich da meine, meine nervige Kopflampe anziehen muss. Aber gut, weil, ähm, äh, und zwar, ich glaube, die meisten von euch wissen das noch gar nicht. Ähm, ich bin ein ziemlich nachtaktiver Mensch. Und das war schon irgendwie seit immer so. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie tagsüber weniger aktiv als nachtsüber. Also besonders in den Stunden, von Dämmerung bis ein paar Stunden in die Nacht rein. Also, ähm, dieser Zeitraum, keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel heute, ich würde sagen, von 9 Uhr bis vielleicht, äh, 2, 3 Uhr nachts. Da bin ich irgendwie am alleraktivsten. Äh, das heißt, weil wir ja 10 Uhr haben und, äh, und hier diese, diese Wolfsbeschädigung, ähm, stark gelindert sind, kann ich jetzt so richtig einen reinhauen. Und hier, äh, ich hab meinen Urinfarbigen, äh, Fummel schon wieder angezogen. Äh, den ich vorhin wieder ausgezogen hab. Und, äh, guck mal, ich hab hier ganz viel, äh, Schweiß und sowas. Ähm, das würde voll salzig schmecken, wenn ich da mit meiner dreckigen Zunge, äh, drangehe. Und weil wegen Schweiß da ist und immer mehr kalt kommt, ähm, wird mir Wärme entzogen, so dass sich, äh, hier, dass das so ein Kaltschweiß wird. Und das ist voll, das fühlt sich dann voll komisch an. Deswegen hab ich diesen Urinfarbigen Fummel wieder angezogen. Und mal gucken, ob ich, äh, irgendwann mal meinen Pulli brauch. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt auch nicht. Nee, guck mal hier. Ähm, ich bin bei, äh, 60 km angelangt. Noch 12 km, dann bin ich, äh, hier, dann hab ich mein Tagesrekord gemacht. Und es ist jetzt, äh, halb, halb elf. Nee, äh, hier, jetzt ist ganz viel dunkler gekommen. Und, äh, guck mal, äh, guck mal da. Ähm, ähm, ich war vorhin bei Pursthausen. Und Pursthausen ist acht Kilometer entfernt. Und, äh, guck mal da, da steht nach da lang, ähm, hier, hier, äh, Achim, äh, fünf Kilometer. Äh, ich glaube, ich werde erst mal nach Achim laufen, äh, um zu gucken, äh, wohin ich dann noch weiterlaufen tue. Das weiß ich doch nicht. Nee, guck mal, guck mal da oben, äh, dieser Zeichen, das ist ein McDonalds. Und obwohl wir hier 20 nach, äh, äh, elf haben, scheint es noch offen zu haben. Und, ähm, ich glaube, ich werde da eine ganz klein, eine Kleinigkeit, keine Ahnung, vielleicht Hamburger und vielleicht einen kleinen Eishäuse holen. Zwei, zwei Schießburger und so ein Eis zu gefressen. Extra, damit ich stark und fett werde. Nee, ich war, ich war gerade bei Meckes gewesen und hab gefressen. Und, ähm, keine Ahnung, ich war vielleicht 15 Minuten dort drin gewesen. Ähm, ich war noch auf Toilette, aber nicht, weil ich musste, sondern, äh, ich hab da meine Wasserflaschen aufgefüllt und, äh, Hände und Gesicht so ordentlich mit Seife und so weiter gewaschen. Ich war, ich war allein mal mit Seife und, und Wasser und so. zu waschen. Äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, reinzugehen mal kurz. Äh, jetzt muss ich mich wieder einlaufen, weil ich gesessen hab. Das ist immer so schwer, weil man so viel gelaufen hat und man so viel gesessen hat. Äh, ja, obwohl das war ja nicht so lang, aber trotzdem, trotzdem fällt es, dauert das jetzt erst mal ein paar Minuten, dass ich mich wieder einlaufe. also keine Ahnung, ich laufe die ganze Zeit hin und her und, äh, ich finde irgendwie keine Richtung, äh, zu Achim Ortsmitte. Ich bin irgendwie in so einem Gewerbegebiet, in der, hier von Achim. Aber ich komme irgendwie nicht zur Ortsmitte, das ist voll scheiße. Weil da ganz hinten, da, da war eine Sackgasse, äh, da bin ich wieder zurückgelaufen. Äh, da hinten, da drühen, da geht das irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem, äh, weiß ich nicht, äh, Feldweg oder sowas rein. ob ich da drüben, hier nach links gehe, dann geht es irgendwie nach Bassen, oder wie das, wie sich das nennt. Aber ob ich da rechts, äh, laufe, also da, wo ich vorhin war, da war alles gesperrt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Dabei muss, dabei muss, müsste ich irgendwie nach da lang, um irgendwie zu Achim zu kommen. Aber hier komme ich gar nicht rüber. Hier ist nur, ähm, hier, äh, Zeppelin, diese, diese Kat-Fabrik, wo hier diese, voll, vollfett-Bau-Maschinen dranstehen, äh, äh, drauf sind, ähm, hier gebaut werden, wie Bagger und, äh, Schubkarrenreiter und sowas. Also diese Dumper, kennt ihr die? Diese, diese ganz fetten Dinger. Äh, da stehen zum Beispiel zwei Stück. Seht ihr da ganz hinten diese Augen, die da leuchten? Oh, jetzt sind die weg. Oh, hey, keine Ahnung, was los ist, aber jetzt eben gerade die letzten paar Schritte, bevor ich hier diese Bushaltestelle hier gefunden habe, ich sitze jetzt gerade hier, ähm, habe ich ganz plötzlich so einen, so einen richtigen, ähm, Schmerz, so einen ganz komischen hier, äh, äh, an meinem rechten Fuß verspürt. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Ich sitze jetzt gerade hier, barfuß rum. Also ich habe meine Schuhe kurz kurz ausgezogen. Ich glaube, ich werde gleich meine erste Magnesium fräsen. Prüfen, ob das dann besser wird, ob das jetzt vielleicht vom Fußmuskel oder so irgendwie was zu tun hat. Ein Glück, dass wir heute so ein voll cool Wetter haben, so dass es angenehm ist, äh, hier barfuß, äh, zu sein. Aber auf jeden Fall keine Ahnung. Genau hier, hier an dieser Stelle, äh, äh, das fühlt sich irgendwie so an, wie so eine, so eine richtige Muskelverspannung oder so. Genau hier, wenn man drauf drückt, weiß auch nicht. So, so leicht verkrampft irgendwie. Ich hoffe, dass das gleich, ähm, ich habe jetzt gerade Magnesium gefressen. Und ich hoffe, dass das gleich, ähm, hier wieder, wieder klar geht, dass ich wieder starten kann. Und, äh, hier, wir haben, ähm, 0 Uhr 51. Äh, ich bin bei 69 Kilometer angelangt. Hier sieht man, hier unten ist Achie, und da oben da, bei diesem Fall, da bin ich. Und, äh, hier, hier, das war dieser, dieser Scheiße gewesen, wo ich mich so ein bisschen verlaufen hab. Mein Plan ist, das irgendwie nach Achim zu, äh, zu laufen, und, äh, dann über diese Brücke hier rüber zu gehen. Und dann, und dann laufe ich, ähm, hier mit, äh, Gewäser entlang irgendwie, vielleicht eine Umwegeform oder so, äh, nach Bremen zurück. Ich denke mal, so mache ich das. Näh, weil ich gerade gegend habe und das kein gutes Zeichen ist, wenn ich gehne, wenn ich auf jeden Fall die Nacht durchmachen muss, werde ich, äh, darauf erst mal meinen ersten Energy trinken. Zwei Stück habe ich ja davon. Und, ähm, hier, ähm, wie heißt das da mal? Soweit Edition, oder wie sich das nennt. Also da, äh, also das, das, was hier drauf steht. Und, ähm, ich habe, ich habe, ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von Energy Drinks, aber ich habe das, ähm, probiert, aus, ja, Neugier, weil neue Sorte, neuer Geschmack, prüfen, wie es schmeckt. Dachte ich, nehme ich mal mit. Und, äh, das hat mich schön wachgehalten, den ganzen Restabend. Und, äh, deswegen dachte ich, dachte ich, dass ich für diese Tour einfach zwei, zwei Stück davon, ähm, mitnehme. Mit der Hoffnung, dass ich, dass da meine Augen nicht zufallen. Das Thema ist ganz wichtig, dass wir nicht einpennen beim, äh, Oder wenn man kurz eine Pause macht. Ich habe jetzt gerade mein, äh, Energy ausgetrunken, und, äh, weil langsam kühler geworden ist, habe ich mein Pullover angezogen. Und, äh, ich habe meinen, äh, Fuß die ganze Zeit massiert, und so weiter. Und ich saß etwas länger hier auf dieser Scheißbank, äh, dieser Bushaltestelle. Ähm, jetzt gehe ich langsam wieder los, aber ich muss echt aufpassen. Äh, also jetzt fühlt sich mein Fuß besser an. Aber ich muss trotzdem aufpassen, ob das irgendwie, und, äh, hoffen, dass es nicht schlimmer wird, oder so. Äh, beziehungsweise, dass diese Verspannung, äh, in den nächsten Kilometer, äh, immer weniger wird, äh, sodass ich dann wieder richtig laufen kann. Und ich glaube, ich mache das wie folgt. Ich gehe nicht über diese, diese Brücke, also hinter Achim, äh, über diese Brücke von Achim rüber und, äh, dann irgendwie hinter der Wiese, äh, durch. Weil wenn ich da durchgehe, dann, äh, da sind kaum Ortschaften und ich bin die ganze Zeit in irgendwo und nirgendwo. Und, äh, nicht, dass es dann plötzlich wieder schlimm wird und irgendwie noch eine Verspannung da ist. Deswegen, deswegen glaube ich, gehe ich durch, durch die Ortschaften, äh, und zwar von hier bis, ja, hier zwei Kilometer oder so und dann ist, äh, Achim. Aber dann gehe ich nicht nach links über die Brücke, sondern nach rechts über Bierden. Äh, dann bis nach Bremen. Äh, so, dass ich dann die ganze Zeit diese Ortschaften drin bin, dass ich irgendwie, was weiß ich, Beleuchtung habe, wenn ich mich mal hinsetzen muss. Und mal gucken, mal gucken, wie viel kann ich das bis später, bis, äh, bis um 10 Uhr schaffe. Ich hoffe definitiv, dass es mit dem Fuß nicht schlimmer wird. Äh, so, jetzt, ähm, in einem etwas langsameren, langsameren, äh, Gehschritt, ähm, weiter zu gelaufen. Ne, äh, guck mal da, ich habe diesen verschmierten Achim gefunden. Jetzt, ähm, laufe ich doch, äh, hier, dann gleich Bier denn suchen. Ne, guck mal hier, ich bin mit 72 km, ähm, das ist 2 Uhr. Und, äh, ähm, ich habe mein Tagesrekord gebrochen. Mein Tagesrekord davor war hier, 71,5 km. Und, äh, ich bin sehr gespannt drauf, äh, wie viel km das trotz diesen kaputten Fuß noch werden. Äh, gut, dass ich, äh, zu Beginn so schnell war und, ähm, so ein voll cool, äh, Durchschnitt gemacht habe. Dass ich so viele Kilometer, äh, zusammen, zusammenbekommen habe. Aber das wird mein Fuß, dass ich da jetzt gerade nicht so richtig auftreten kann, das regt mich total auf. Wenn mein Fuß, äh, heile wäre, dann würde ich jetzt, ähm, hier die ganze Nacht wahrscheinlich, ähm, 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 mit einem, ja, mit einem guten Durchschnitt, äh, durchlaufen. Äh, ja, das ist voll zum Kotzen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich, äh, hier diese dreistellige Zahl, äh, hinbekomme, bevor es 10 Uhr wird. Äh, hier, da steht Bier denn drauf. Äh, 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 Bier denn. Äh, hier, es ist, äh, kurz nach 3 Uhr nachts oder so. Und, äh, hier, ähm, das streckt voll an. Und, äh, keine Ahnung, äh, knappe 7 Stunden habe ich noch zu laufen. Bis dahin will ich diese drei, äh, drei Stellen sehen. Oh, das wird auf jeden Fall herausfordernd, äh, das hinzubekommen. Äh, mit meinem Scheißfuß und diese, und diese Anstrengung, äh, jetzt gerade. Und ich fange auch immer mehr an zu halluzinieren. Ich sehe hier überall braune Flecken, äh, hier, äh, dunkle, ich sehe hier überall irgendwelche dunkle Flecke und sowas. Und das täuscht hier so total. Und, äh, ach ja, ich habe gerade Wild Pinkeln gemacht. Das wollte ich doch Bescheid gesagt haben. Also ich freue mich, wenn es später hell wird. Weil ich mich mein Zuhause langsam immer stärker nähern tue. Äh, ähm, dachte ich, äh, dass ich jetzt nicht hier geradeaus laufe, sondern hier rechts abbiege. Äh, damit ich, äh, hier, äh, größeren, längeren Umweg nach Hause habe. Ähm, ähm, weil, weil ich habe ja noch Zeit bis 10. Ne, äh, guck mal da. Ich habe hier diesen verschmierten Bahnhof Mahnendorf gefunden. Äh, aber ich fahre nicht mit dem Zug, sondern, sondern ich laufe irgendwo nach Dalak oder so. Ne, guck mal hier. Noch 300 Meter, dann, ähm, habe ich die 80 Kilometer, äh, geschafft. Und, äh, und, äh, es ist jetzt, äh, viertel nach vier Uhr morgens. Das heißt, in 20 Kilometer habe ich die 100 erreicht. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mich, äh, hier für eine kleine Pause hingesetzt habe. Und, äh, hier diesen letzten Energy zu trinken. Und, äh, ganz in Ruhe. Und, und, äh, nachdem ich hier diesen Energy ausgetrunken habe, dann geht's weiter. Und dann wird langsam hell. Und wenn Sonne kommt, dann kommt ein bisschen mehr Energie. Glaub ich. Und, ja, dann mache ich hier, hier so einen großen Rundgang, bis es dann irgendwann 10 ist. Und dann, hoffe ich dann, ähm, um 10 Uhr in der Nähe von zu Hause zu sein. Aber keine, keine Ahnung. Ich glaube, ich bleibe dann die letzten Stunden hier in Bremen einfach so. Und, laufe irgendwie einfach so rum. Haha. Um irgendwie die Kilometer zu, zu bekommen. So, jetzt weiter zu gelaufen. Äh, Oh, scheiße. Äh, diese Ampel nervt mich. Haha. Und, äh, keine Ahnung. Äh, so langsam, glaube ich, so eine Art Schüttelfrostgefühl gerade. Ah, jetzt ist grün. Jetzt kann ich über diese scheißstraße lang gehen. Schon eine Herausforderung. Ja, ich freue mich auf gleich, wenn die Sonne langsam kommt. Aber guck mal, so langsam kommt immer mehr. Äh, hell und so. Das sind ganz viele Hasen und sowas. Hier, Kaninchen heißen die. Boah. Ich bin auch hier, so richtig zerschossen. Haha. Äh, so richtig kaputt, voll fertig. Äh, äh, wie heißt denn das doch mal? Äh, jeder einzelne Kilometer, ich bin jetzt glaube ich, ich bin jetzt glaube ich, keine Ahnung, bei 83 km oder so. Und, äh, jeder einzelne Kilometer dauert voll lange, bis ich den irgendwie durchgekriegt hab. Keine Ahnung. Äh, als ob das alles in Zeitlupe wär. So ungefähr. Das kommt mir gerade so lange vor, irgendwie Kilometer zu machen. Ich glaube, mir kommt das nur deswegen so lange vor, Kilometer zu machen, bevor ich so langsam geh. Aber ich schaff das gerade nicht, schneller zu gehen. Noch 200 Meter. Dann, äh, bin ich bei 84 km. Und ich hab noch vier Stunden Zeit. Äh, also knapp über vier Stunden. Und langsam wird das immer schwerer und schwerer mit, äh, meinen Füßen und Beinen und so weiter. Ich kann die kaum schleppen. Und, äh, ich sitze hier ganz kurz ein bisschen rum. Äh, und in fünf Minuten geht's weiter. Ist ja auch echte Härte. Äh, ich bin gerade, ähm, gerade erst, äh, keine Ahnung, eineinhalb Kilometer gekommen gerade eben. Äh, ich hab mich jetzt entschieden, zur Stärkung, hier ein Salamibrot zu fräsen. So, ich bin, äh, hier, äh, so erschöpft. Und zwar nicht, äh, die Müdigkeit. Die Müdigkeit geht bei mir. Äh, bin eigentlich sogar ziemlich wach. Äh, aber, aber diese ganze Kaputtheit vom Körper und so weiter. Aber die Füße und diese ganzen, die ganzen Schmerzen und, und so, ich, ich kann mich irgendwie kaum auf meinen Füßen halten. Wenn ich jetzt, äh, jeden Kilometer irgendwie Pause machen muss, weil ich irgendwie, äh, dass ich schaffe, weiterzukommen, weil es einfach, ähm, hier viel zu hart ist und, äh, schmerzhaft und sowas, ähm, dann bin ich echt, ähm, am Zweifeln, ob ich das schaffe heute, die 100 hinzubekommen. Aber mal gucken. Mal gucken, wie viel ich am Ende schaffen tue. Äh, und, äh, es ist gleich halb acht. Wenn meine Beine stabiler werden, dann würde ich das definitiv locker schaffen, in zweieinhalb Stunden die 100 voll zu kriegen. Aber, ja, es ist echt zwecklos heute. Also jetzt gerade in diesem Zustand. Ich sitze schon wieder hier rum. Ähm, ich weiß nicht, bei jeder zweiten, dritten Haltestelle muss ich irgendwie eine Pause einlegen. Äh, das ist so eine Ultraschmerzen, die ich jetzt gerade habe. Und, ähm, ich bin nur noch am humpeln und kann die kaum tragen. Äh, und zwar, ich denke, ich mache folgendes. Ich befinde mich hier, wo dieser Punkt ist. Und, äh, ich glaube ich, und, ähm, und hier, äh, wo dieser Strich anfängt, da habe ich gestern gestartet. Und, äh, ich werde dann von diesem Punkt bis dahin humpeln, wo ich gestartet habe. Und, ähm, da, keine Ahnung, 200, nee, 200 Meter weiter weg, da befindet sich ein Hole-Up. Ähm, ich werde da bis zum Hole-Up hingehen und werde dann da die Aufnahme wenden und die Herausforderung abschließen. weil ich denke, es ist zwecklos. Ich, ähm, quäle mich nur stark rum. Ich komme irgendwie kaum weiter. Die 100 werde ich trotzdem zweieinhalb Stunden Zeit echt absolut nicht schaffen mit, äh, mit dem Zustand, den ich jetzt gerade habe. Also auch mit diesen Beinen und, das ist schon echt übel, schon herausfordernd, schon richtig hart. Ich habe auch irgendwie so ein, äh, Schüttelfrostgefühl auch noch. Äh, so über, wegen der, Übereinstrengung irgendwie so das Gefühl. Ähm, ich glaube, ich werde dann, äh, hier beim Hole-Up, werde ich dann ein 6, ein, äh, 6er Bier, äh, kaufen gehen, zur Endbelohnung, der Wanderung. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich, ähm, den 6er holen gehen, nach Hause gehen und, und da zu Hause eins trinken, bevor ich dann irgendwann duschen gehe und schlafen gehe. Und versuche, noch zu dieser einen Stelle hinzugelangen. Das quält und quält, aber so hat das zu sein. Das ist ganz schwer, äh, zuerst noch zu shoppen, aber das, aber den kriege ich wenigstens, das gehen wir, aber den letzten, bis zum Hole-Up, werde ich noch hinkriegen. Ähm, die letzten paar Haltestellen, die habe ich alle zum Sitzen genommen, weil ich so geschwächt bin, so am Schwächeln bin. Aber ich bin gleich bei Hole-Up, das ist, das hier ist die letzte Haltestelle, äh, wo ich ganz kurz Pause mache. Und wir haben schon Viertel vor neun, damit ihr Bescheid wisst, dass ich extrem langsam vorankomme. Ne, guck mal da, ich hab diesen voll verranzten Hole-Up gefunden. Äh, jetzt gleich, äh, erst mal Bier kaufen gehen. Aber bevor ich Bier kaufen gehe, ähm, werde ich euch hier, äh, meine, hier, meine Aufzeichnungen zeigen, wie ich die, äh, hier beende und speichere. Es ist Punkt neun Uhr. Äh, ja, hier Komoot, ähm, hier, ich bin bei, äh, 93,7 km. Äh, jetzt, äh, wie live. Mal gucken, wie stark der Unterschied ist. Äh, guck mal die Abweichung. Das hier hat 96,2 km, äh, aufgenommen. Und, äh, jetzt, wo ich das abgespeichert habe, äh, erst mal endlich Bier kaufen gehen, Feierabendbier. Und dann nach Hause. Oh, scheiße, gleich diese, diese, diese Treppen hochlaufen. Ne, äh, ich bin zu Hause angekommen. Und ich hab schon bereits, äh, 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 Dusche gemacht. Und, ähm, und, äh, ich werde jetzt erst mal, äh, mein, äh, hart verdienter, ähm, Bier trinken. Geh, Prost. Boah, das schmeckt voll heftig, wenn man das, äh, hier schon länger nicht mehr getrunken hat. Weil heute Sonn, ja, weil heute Samstag, mein letztes Bier, was ich getrunken habe, das war am Montag gewesen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und deswegen schmeckt das hier gerade voll heftig. Und, äh, keine Ahnung, ich bin einfach gerade viel zu verstört, um, um, richtige Abschlusssätze zu finden. Und deswegen mache ich ab dieser Stelle Hard Cut. Ui, das war voll cool, äh, Herausforderung gewesen. Mit ganz viel Fußschmerzen am Ende und sowas. Ich hatte ja, ähm, sowohl die Tracking-App, ähm, Komoot, als auch die Tracking-App, äh, V-Life, ähm, laufen. Und, ähm, und beide hatten eine kleine Abweichung gehabt, was die Gesamtkilometer angeht. Und, äh, hier die Tracking-App, äh, Komoot, hat, äh, 93,7 Kilometer gemessen. Und die Tracking-App, V-Life hat, äh, von 90,4 Kilometer, äh, gemessen. Beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht warum, aber der, der berechnet die Kilometer irgendwie neu. Aber vor dem Export, äh, stand da irgendwas von, äh, 96,2 Kilometer drauf. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist halt so. Äh, wollte ich da mitgeteilt haben. Äh, aber ich gehe davon aus, weil, äh, Komoot die Funktion anbietet, dass, dass diese auch, ähm, hier Garmin, äh, Daten herein exportieren kann, in die App. Äh, gehe ich, ähm, gehe ich deswegen, äh, stärker davon aus, dass, äh, Komoot richtiger wäre, was die Tracking-Aufzeichnung angeht. Ja, ich werde sehr gespannt sein, wie viel Kilometer, äh, Sebastian, ähm, schaffen tut. Äh, das weiß ich halt jetzt noch nicht. Ich glaube, dass er gute Chancen hat, weil ich halt, äh, keine dreistellige Zahl geschafft habe, dieses Mal. Aber ich gehe stark davon aus, dass ich, ähm, wenn ich weiß, was ich, den Versuch nochmal wiederholen würde, äh, dass ich das bestimmt irgendwann mal packen würde, äh, auch so eine dreistellige Zahl hinzubekommen, 24 Stunden. Aber das mit diesen ganzen Wolfsangriffen und, äh, und dass ab Kilometer 69 mein Fuß so kaputt war, äh, und ich kaum auftreten konnte, äh, war das sehr schwer gewesen, äh, äh, noch mehr hinzubekommen. Ja, aber trotzdem denke ich mal, dass 93,7 Kilometer, äh, schon eine beachtliche Zahl ist. Äh, wunderschöne Grüße an Outdoor mit Sebastian. Hat mich sehr gefreut, ähm, äh, gegen dich die Herausforderung angetreten zu haben. Ich werde Outdoor mit Sebastians Kanal unten in der Beschreibung verlinken und, äh, als angepinnten Kommentare, äh, hier, damit ihr, ähm, hier da draufklicken könnt, um seinen Versuch, äh, ansehen zu können. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin. Ich werde auch noch nicht mehr verletzen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020